Einer der Unruhestifter Ich lief durch meinen Hausflur und erlaubte mir einen letzten prüfenden Blick in den großen Wandspiegel, bevor ich mich auf den Weg ins Ministerium machte und mich somit meinem Schicksal und der anstehenden Ordensverleihung ergab. Ein letztes Mal zupfte ich am Revier meines Gerox, drehte mich nach links und dann nach rechts und schlussendlich meinem Spiegelbild den Rücken zu. Wie viele Jahre es nun schon her war, seit ich mir das letzte Mal ernsthaft Gedanken über mein Aussehen und meine Kleidung gemacht hatte? Ich sah schon fast so geleckt aus wie Lucius. Vornehm, beinahe erhaben. Es wählte nur noch die große schwarze Schleife, die mein Haar zusammenband, um das Outfit abzurunden. Oder es vollends ins Lächerliche zu ziehen. Was ich Lucius jedoch nie sagen würde. Meine Kleidung hatte immer noch den düsteren Charme eines Magiers, der zweifelsohne in den dunklen Künsten kundig war. Und das gefiel mir. Schließlich konnte ich doch nicht ganz aus meiner Haut. Doch heute Abend ging es nicht um Stil oder Mode. Es ging darum, die alte Maske aus Kummer, Entträgen und Boshaftigkeit, die beinahe mit mir und meinem Ich, meinem Sein verschmolzen wäre, abzulegen. Doch wer war ich eigentlich? Was war es, das in mir und unter meinem dunklen Umhang schlummerte? Zu den Zeiten Voldemorts und den Jahren der Trauer zuvor hatte ich nur wenig. Nein, eigentlich gar keinen Grund, mich herauszuputzen oder sonstige Mühen in mein Aussehen zu stecken. Doch mit dem Tod des dunklen Lords sind die Würfel neu gefallen. Die Karten wurden neu ausgeteilt. Und ich? Ich hatte eine neue Aufgabe. Ein neues Leben. Auch wenn ich noch nicht wusste, was dieses für mich bereithalten würde. Ich gebe es zu. Mit diesem Aufzug, meiner Kleidung und meinem Aussehen, wollte ich die Leute etwas, sagen wir mal, überraschen. Nein, das stimmt nicht. Ich wollte, dass sie an ihrem Erstaunen und ihrem Schock erstickten. Wollte aus den Schatten heraustreten, nur um mich danach wieder darin zu verbergen. Ins Rampenlicht wurde ich heute so oder so geschubst. Ob ich wollte oder nicht. Kingsley. Und ja, ich wollte Potter ein ganz klein wenig aus der Fassung bringen. Natürlich wegen meines Stolzes. Und weil ich es genießen würde. Ich wollte, dass er wusste, was er verpasst hatte. Während er mit Miss Ach-so-toll-Granger in Australien war. Und ja, das war kindisch und irrational. Es regnete. Wie immer in London. Oder zumindest immer dann, wenn ich diese trostlos schöne Stadt besuchte. Ich, als Ehrengast des heutigen Abends, hatte das Privileg, direkt ins Ministerium apparieren zu können. So konnte ich die lästigen Gaffer, Reporter und Fotografen, diese Aasgeier, umgehen. Dachte ich zumindest, denn kaum hatte ich mich aus den schwarzen Schwaden des Apparierzaubers an der Ankunftshalle des Ministeriums materialisiert, blitzten die ersten Lampen der Kameras auf. Und der unangenehm beißende Geruch von verbrannten Schwefel und verschmorten Wolframdrähten breitete sich in der Luft um mich und um die anderen Ankömmlinge herum aus. Die große, erdrückend-dunkel-gefließte Halle des Flohnetzwerkes war erfüllt von Stimmen und Geplapper. Die Rufe der Journalisten und das Klicken der Kameras halten durch den langen und sonst so stillen Korridor der Ankunft. Ich war pünktlich, was sicherlich nicht überraschte. Neben mir stand Lee Jordan, einer der Unruhestifter, die Fred und George bei ihren Missetaten in der Schule unterstützt hatten. Und der Moderator des kleinen Piratensenders, Potterwatch. Auch seine Hilfe im Krieg war nicht zu verachten, hatte er doch mit jeder Sendung, die er spielte, sein Leben riskiert, um anderen zu helfen und ihnen Tipps im Umgang mit dem fast ausweglosen Terror der Todesser zu geben. Er schaute nicht zu mir, sondern fixierte den Boden vor ihm. Seine Haut wirkte blass, trotz seiner angeborenen Bräune. Neben uns tauchten nach und nach immer mehr Personen aus den Schatten, der Kamine oder aber auf den Apparierpunkten auf. Die noch verbliebenen Ordensmitglieder, Adalus Diggle, Elpheus Dodge, Arabella Figg, die Squibb, die Harry bewacht hatte, seit er ein Baby war, und Hagrid. Nur Aberford und Dung glänzten mit ihrer Abwesenheit. Aber ach, das war kaum verwunderlich. Das Blitzlichtgewitter hielt an und wurde noch lauter und schillernder, als in einem der Kamine hinter mir Arthur Weasley aus den grün lodernden Flammen trat. Ihm folgten seine Söhne und die schöne Mr. La Cour, zusammen mit Mrs. Weasley. Ich biss meine Zähne zusammen. Wo war Shacklebolt? Wieso tat er uns das an? Ausgeliefert. Und wie ich in einigen der Gesichter meiner unfreiwilligen Mitstreiter sah, hilflos und mit der Situation überfordert, standen wir da und ließen diese Tortur und das Bohai über uns ergehen. Die Rufe und das Gekreische der sich windenden Mediengeiern um uns herum schwoll noch einmal an, als der verbliebene Rest von Dumbledores Armee zu uns stiess und erreichte seinen Höhepunkt, als knapp neben unserer Gruppe der noch fehlende Teil des goldenen Trios erschien. Zusammen mit Shacklebolt kamen sie aus der Errichtung des grossen Brunnens, des neuen Mahnmals des Krieges, auf uns zu. Sie stellten sich zu uns hinter die Absperrung, die das Journalistenpack vor uns nur noch knapp an Schach hielt. Miss Granger umarmte den Jüngsten der Weasleys, und ich bemerkte, dass sich seine Schultern versteiften, doch sie hielt ihn in der Umarmung gefangen, bis er sich schließlich ergab, nur um sich danach wieder viel zu schnell von ihr zu lösen. Mein Blick glitt zu ihr, und das, was ich sah, versetzte mir einen Stich. Es war Liebe, was da in ihren Augen aufleuchtete, aber auch Schmerz und Enttäuschung. Was ging da vor? Meine Gedanken wurden jedoch jeher abgelenkt, als ich eine Hand beschützerisch auf Hermines Schulter legte, und ich sah, wie Harry ihr etwas zuwurmelte. Potter, ich wollte ihn nicht ansehen, wollte nicht in seinen Bann gezogen werden, wollte nicht von diesem seidigen Gefühl umgarnt und erweicht werden, doch ein Blick in seine Augen genügte, um all meine Vorsätze über Bord zu werfen, sie zu ertränken, und mich dem Verlangen hinzugeben, ihn zu betrachten. Er musste gespürt haben, dass ich ihn musterte, denn sein Kopf hob sich, und er schaute sich kurz suchend in der Menge um, bis sein Blick auf mein Gesicht verharrte. Er ließ die Schultern von Miss Granger los und stellte sich aufrecht hinter sie, ohne auch nur einmal seinen Blick von meinem zu lösen. Er war schlicht gekleidet, und ich erkannte die schwarze Stoffhose seiner Aurorenuniform, zusammen mit den hohen Stiefeln und dem Holster um sein Bein, wo er seinen Zauberstab festgeschnürt hatte. Das schlichte, dunkle Hemd, das sich eng an seinen Körper schmiegte, steckte über einem dunkelgrünen Drachenledergürtel in der Hose. Es war hochgeschlossen und der Kragen gerichtet. Er trug weder Krawatte noch sonstigen Nippes um den Hals. Doch die Ärmel seines Hemdes waren hochgekrempelt, legten so seine vernarbten, sehnigen Unterarme frei, und ich sah, dass sein linkes Handgelenk von einem Lederband umschlungen wurde, an dessen zwei kleine Anhänger befestigt war. Doch all dies erschien mir nebensächlich, als ich meinen Blick von dem Schmuck löste und nach oben wandern ließ. Sein Gesicht war fein geschnitten und markant, beinahe schön, mit hohen Wangenknochen, die unter seinem kurzgeschnittenen Bart hervorbrachen. Seine Lippen waren schmal und weich, wie ich wusste, und mich schauderte der Gedanke an unseren Kuss. Seine Nase stand ihm gerade zu Gesicht und seine Brauen umwucherten das, was mich immer in seinen Bann zu ziehen schien, wenn sich unsere Blicke kreuzten. Die smaragdgrünen Spiegel zu seiner Seele. Das Kribbeln, welches sich in meiner Brust aufzubauen schien und sich danach an meinem Körper ausbreitete, glitt immer wieder in sanften Wellen über mich hinweg. Die anderen Leute um Harry herum verschwanden zu einer farbigen, wabenden Masse aus nichts. Das Gekreische und die Rufe erschienen, um uns zu verstummen. Das Klicken der Kameras wurde dumpf und leiser, so wie auch alle restlichen Geräusche und Klänge, die bis dahin in dieser Halle lasteten. Ich ließ mich von der Seide und der Wärme gefangen nehmen. Meine Vorsätze schmorten ohnehin schon, zusammen mit meinem Willen in den ewigen Feuern der Hölle. Hatte ich mir wirklich vorgenommen, mich gegen die Macht dieses Jungen zu wehren? Wollte ich das wirklich? Hätte ich es denn nicht geschafft? Schließlich hatte ich auch dem dunklen Lord widerstanden. Wieso konnte ich es dann nicht bei ihm? Weil du es eigentlich willst, du alter Sturkopf. Ich schmunzelte über meine Gedanken, meinen Blick immer noch auf dem Gesicht vor mir liegend, das mir nun schüchtern entgegenlächelte. Warte, was? Er lächelte mich an. Dank diesem kleinen Schock und den Gedanken über meinen unwillentlichen Unwillen, löste sich die Ummantelung des seitigen Gefühls, in welches ich mich gehüllt hatte. Ich bemerkte Miss Granger, die mich fragend musterte. Als ich ihr Gesicht plötzlich erhellte und sie sich dann zu Harry umdrehte und ihn anstupste, um seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wusste ich nicht recht, was ich davon halten sollte. In dem Moment ergriff der Minister das Wort. Und ich gab es, zumindest für den Moment, auf, über das Gebaren und die Beweggründe von Miss Granger zu grübeln. Shacklebolt drehte sich zu uns, den Ehrengästen um, und erklärte, die Reporter-Schar weitgehend ignorierend, dass diese speichelleckende, widerliche Gefolge von Möchtegern-Schreiberlingen jetzt die Erlaubnis hatte, Fotos zu machen, danach aber von der gesamten Veranstaltung ausgeschlossen werden würde. Einzig Lee Jordan sei es gestattet, einen späteren Bericht über den Verlauf der Verleihung zu veröffentlichen. Bei Salazar, zumindest das, naja, und meinen Freispruch, musste ich dem Minister zugute halten. Wenigstens wurden wir, der eh nur noch kümmerliche Rest des Widerstands, nicht den ganzen Abend lang begafft und abgelichtet. Von der Verleihung, der Auszeichnung und den Orden wusste ich nicht mehr viel. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich hatte alles über mich ergehen lassen. Ich musste gefasst und wie immer stoisch gewerkt haben, denn niemand sprach mich an oder belästigte mich. Doch als ich von Kingsley den Orden entgegennehmen konnte, entbrannte ein tobender Applaus, der lange anhielt, und kurz vor seinem Abbeben noch einmal anschwoll. Nach der Zeremonie lotste uns ein Mitarbeiter des Ministeriums noch einmal an den Reportern vorbei, damit später in den Artikeln, die zweifelsohne überrissen oder gänzlich an den Haaren herbeigezogen waren, auch ja die angesteckten Orden und die Auszeichnungen zu sehen waren. Anschließend wurden wir gebeten, uns in einen für uns hergerichteten Festsaal zu flüchten. Ich war einer der Letzten, der sich von der Presse ablichten ließ und das auch nur kurz. Ich eilte, nein, ich rannte beinahe an den Journalisten vorbei und betrat dann den Festsaal, wo ich mich Harry gegenüber wiederfand. Ich bin dieser Zeit. Vielen Dank.